Im Jahre 1913 entsteht in Linz auf Betreiben einer Handvoll junger Künstler ein Gegenpol zum konservativen oberösterreichischen Kunstverein. Man trifft sich, um gemeinsam zu arbeiten und erste Ausstellungen zu organisieren. Die sezessionistische Abspaltung gilt als die früheste in Österreich außerhalb Wiens. Für die Merz-Künstlervereinigung war der Name ein ganz bewusst gewählter. Merz steht für den Neuanfang, für den Beginn, der Aufbruch in die Moderne. Und das berücksichtigen wir natürlich auch in dieser Schau, nämlich den Anfang dieser Künstlervereinigung 1913 bis zu dem ersten Verbot der Künstlervereinigung 1938 durch die geschichtlichen Gegebenheiten. Gerade der Erste Weltkrieg prägt aber auch das weitere Schaffen einiger Mitglieder ganz entscheidend. Hier wollen wir eigentlich nicht so sehr jetzt diese ganzen historischen Fakten aufzeigen, sondern mehr einfach ein dieses Panoptikum jener 45 Künstler, die irgendwo in Verbindung mit Merz in den ersten 25 Jahren standen. Nicht nur bildende Künstler, sondern auch beinahe alle jungen oberösterreichischen Architekten schließen sich den Bund an. So wird der Merz zu einem außergewöhnlich praxisbezogenen Künstlerverein. In der Anfangszeit waren die herausragende Persönlichkeit, die auch sicherlich dort die Fehler geführt hat, war im wahrsten Sinne des Wortes der Zeichner Clemens Brosch. Auch Franz Sedlacek, ein wichtiger Künstler mittlerweile, der auch am Anfang als Zeichner in Erscheinung getreten ist, dann Anfang der 20er Jahre zum Malen beginnt. Es ist dann in der weiteren Folge sicherlich Matthias May, der in den 20er Jahren aus Köln kommend sich in Linz hier niedergelassen hat, eine Malschule gegründet hat. Das Bild, was wir hier im Hintergrund sehen, ist von Matthias May. Neben diesen Arrivierten gibt es natürlich auch sehr viele Neuentdeckungen, Namen, die in Vergessenheit geraten sind. Und das soll diese Ausschlagung auch zeigen, neugierig machen eben. Grafik, Malerei und Fotografie von 45 Künstlern aus 25 Jahren März geben unter anderem auch Einblick in die geschichtliche und architektonische Entwicklung der Landeshauptstadt. Also etwas ganz Besonderes ist das Aquarell von Wehesagrell aus dem Jahr 1913, das das Landhaus, die Vogelperspektive Linz-Urfer zeigt und an der Ecke Promenade zum Theater hat es eine Pavillon gegeben und dort haben die ersten drei Ausstellungen der Künstlerweinigung stattgefunden. Erwachen und Neubeginn. 100 Jahre März, ein künstlerischer Frühling im Stadtmuseum Nordico. 10 Jahre März, ein künstlerischer Frühling im Stadtmuseum. 10 Jahre März, ein künstlerischer Frühling im Stadtmuseum.